In diesem Video zeigen wir den Anschluss eines LED-Streifens an ein passendes Netzteil. Für die Verbindung verwenden wir handelsübliche WAGO-Klemmen. Weitere Werkzeuge werden nicht benötigt. Das Netzteil haben wir hier bereits an das 230 Volt Hausnetz angeschlossen. Diese Arbeit sollte stets von einem Elektriker durchgeführt werden. Es besteht Lebensgefahr. Alle weiteren Arbeiten können Sie selbst durchführen. Wichtig, das Netzteil muss am Ausgang eine zum LED-Streifen passende Spannung bereitstellen. Auf den Streifen ist gewöhnlich eine Angabe dazu aufgedruckt. Wenn nicht, hilft ein Blick auf die Verpackung. Beim Verbinden der Anschlusskabel muss auf die richtige Polung geachtet werden. Gewöhnlich steht Rot für Plus und Schwarz für Minus. Zur Sicherheit sollte jedoch stets auch der entsprechende Aufdruck am LED-Streifen und am Netzteil geprüft werden. Für eine einfache, sichere Verbindung empfehlen wir WAGO-Klemmen. Bei diesen einfach die Hebel öffnen, die abisolierte Leitung bis zum Anschlag einführen und die Hebel wieder schließen. Die Verbindung sollte festsitzen. Dies für alle Anschlusskabel wiederholen und dabei immer auf die richtige Polung achten. Noch einmal auf festen Sitz prüfen. Damit ist die Verbindung von LED-Streifen und Netzteil abgeschlossen. Wir sind bereit für einen ersten Test. Die Verbindung funktioniert. Bitte beachten Sie, dass auch LED-Streifen Wärme entwickeln. Betreiben Sie daher die LEDs nur maximal 10 Sekunden auf der Rolle. Bei Bedarf können Sie den LED-Streifen an allen vorgegebenen Markierungen einfach kürzen. In weiteren Schritten können wir Controller einbinden oder auch LED-Installationen mit Farbeffekten aufbauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017